Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und los geht's! Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Da haben sie sich zu früh gefreut, der Angriff ist schon wieder beendet. Stark gemacht, sauber geklärt. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterwinden. Ganz schnell ausgeführt, der Freistoß. Peter attackiert. Sicher in der Ballbehandlung. Sie sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Achtung, Kopfball. Er trifft nicht. Marco Reus. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ein herrlicher Pass. Achtung! Und der ist dringend. Der drückt ja noch wirklich nicht auf. Aber das hat er hier super gemacht. Ja, und normalerweise soll man da hinten aufpassen, dass nichts passiert. Jetzt ist was passiert. Aber der auch mal nicht. Wunderbar herausgespielt. Wunderbar herausgespielt. Boah, das ist bitter. Ein eigenes Tor. Da ist jetzt Fuss dabei. Klar, deutlich zu spüren. Ein sehr schöner Pass. Jetzt ist er vorbei. Der konnte passen. Da steht. Und er ist drin. Die drei Punkte sind im Sack. Und bei dem anderen geht es so richtig auf sehr früh. Aber jetzt schau doch mal hin. Das ist überhaupt keine Gegenwehr. Gar nichts. Na ja, da sieht der Kipper nicht gut aus. Hier nochmal schön zu sehen. Kann die Kugel nicht festhalten. Und der Abpraller dann kein Problem für den Stürmer. Der gleich in die Partie kommen wird. Guter Pass. Da wird der Trainer zufrieden sein. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Der Sieger der Partie, Borussia Dortmund.